Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier sind wir bei GoodyGames, hier ist Elmore, es geht weiter mit Assassin's Creed Gamer Sander, ist wieder zu uns gestoßen und weiter geht's mit der Mission, ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Aber wir haben auf dich gewartet. Ja, wir trauen doch nicht hier weiter vorwärts, du hast die beste Waffe. Achso, ich muss dich einladen, wa? Ja, das wäre nett. Okay. Aber, bumm, der hört sowieso, was du alles über ihn gesagt hast, während er draußen war, das ist ja auch auf der Aufnahme drauf, also. Das müsste mir die Aufnahme dann nachher anhören, ja? Ja. Weil so fliege ich ja auch aus der Party raus. Hast du, was für einen Latte hast du denn, offen oder mittel? Offen. Komisch, dann verstehe ich es nicht. Okay, Einladung ist raus. Okay, ich guck noch mal. Dann schenke ich mal meine Erfolge. Oh, jetzt habe ich schon 8 Sinkels. Ich habe noch 4 über 2. Und noch 8 Leute erwürgen. Ah, ich muss noch 10, ich habe noch nicht einen einzigen erwürgt. Ah ja, ich gehe heute 2 schon. Dann siehst du mal, von wegen, ich bin hier der Killer. Du liest es aber nicht von deiner Frau, ne? Der Würgen und so? Äh, nein, nein, nur ein bisschen. Wir haben ja, ihr weiß ja, ach, ihr warst ja am selben Film drin, deswegen. Ja, ja, deswegen ja. Deswegen muss man ja gerade auch noch einkaufen. Kabelbinder holen. Ich weiß aber, das ist das dicke und das dünne Tate, ne? Ja, genau, das ist das dünne Tate, ne? Ein guter Handwerker hat immer beides. Ist das so dünne Tate, oder? Ich habe ein bisschen rumgesponnen. Gut, wie siehst du mich? Ich sehe dich. Und ich bin voll impressed. Ich fordere dich heraus. Ich vergehe in Deckung. Ich habe Angst. Ich bin auf Freitreten gegangen. Wie ziehst du die Waffe? Äh, auf X festhalten. Ach, festhalten? Ich glaube. Ah, okay. Ich bin immer neu starten. Okay, wir warten. Cool. Oh, cool, guck mal, ich kann. Bin voll geschickt. Ja, das ist ja, es gibt ja diese Massen, ähm, wie heißen die, Massenereignisse. Ah. Wo du zum Beispiel einen rammen musst oder töten musst. Ja, ich weiß. Ich weiß ja auch, äh, welche, die du einfach nur abschrecken sollst. Und dann ziehst du einfach nur die Waffe. Ach, da ziehst du nur die Waffe. Ja, genau. Die abschrecken sich dann und dann... Ach, deswegen habe ich das noch nie gepackt. Ich bring die immer um. Ja, gut, die, deswegen bin ich halt... Ja, okay. Da ziehe ich nur die Waffe. Ne? Ja, aber warum hat uns... Er wollte doch nur das Spiel neu starten, nicht die Konsole, oder? Äh, das ist jetzt eine gute Frage. Und warum hast du so ein schickes Bild vor deinem Namen? Ach, du bist ja Gruppenleiter deswegen, ne? Genau. Welches Bild meinst du jetzt? Ja, ja, das oben, neben dem blauen Assassin-Zeichen. Ne, ne, das ist, äh, ich habe ja dieses, ähm, äh, freigeschalten, wo du dich, äh, schnell verkleiden kannst. Ach. Genau. Ah. Ich könnte rein theoretisch mich verkleiden, reingehen schon mal und welche von hinten abstechen oder so. Das wäre also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gruppenfertigkeit hätte mit, äh, Teile Adlerauge, dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendein Symbol da, ne? Damit man dann in der Gruppe gleich weiß, welcher was kann oder so, ne? Genau, genau, genau. Ah, ich habe eine Auffassungsgabe. Wahnsinn, Wahnsinn. Hammertyp, echt. Ja. Irgendwie, könnte ich gerade so aus dem Hintergrund, ja, nee, ist klar. Das hat sich negativ angehört. Ja, wir werden hier jetzt einmal kurz die Aufnahmezeit absichtlich in die Länge ziehen. Nicht abschalten, weil sobald Geberzeit da ist, wird es richtig spannend. Aber richtig. Richtig, aber was da passiert, das ist so krass, das gab es, glaube ich, im deutschen YouTube noch überhaupt gar nicht zu sehen. Wir spielen allen Ernstes eine Vierer-Koop-Mission nur zu dritt. Bombe, Wahnsinn, stimmt, wir sind ja nur zu dritt. Meine Frau lacht sich im Wolf im Hintergrund, ich weiß nicht warum. Schickst du mir nochmal eine Einladung? Jo, mach ich. So, ist raus. Jo, ist angekommen. Ich will hier gerade boomen, wo ist überhaupt dein Wald? Mein was? Dein Wald. Du bist doch Förster, das ist doch Förstergrün, oder? Äh, nee, Sumpfgrün oder so, keine Ahnung. Jetzt frag mich nicht, wo mein Sumpf ist. Dein Personal Sumpf? Ah! Ich kann mich ummodellieren, wenn du magst. Nein, 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 ist schon okay. Aber falls ich nachher das Bein an dir hebe, sorry. Wenn das Ziel wieder in dir ist. Ja. So, halt mich in die Schale geworfen. Ey! Das ist es doch mal, wa? Wow! In Wirklichkeit denke ich eher, du wolltest nur nicht mein Urinal sein, aber egal. Ja, du musst es so sehen, auch weil sie sieht man die Flecken besser. Ah, okay. Nee, wir sind hier unten. Ja, ich bin auch wieder beim Start. Ach so, ah. Wir warten hier auf dich. Wir sind ja... Das ist nett, sehr nett. Ich würde vorschlagen, weil ich meine, wir müssen gleich in so eine komische... so ein Lager oder sowas einbrechen, aber das Ding ist voll. Weil ich kann mich ja verkleiden. Und dann kann ich schon mal nach innen gehen quasi. Mhm. Und dann muss ich den Weg freimachen. Hier oben schon vier rote Typen leuchten. Echt? Hat da gesagt... Und tatsächlich so... Das war jetzt noch nicht geplant. Ach ja, das ist ja die Olle, die wir frei müssen. Falls das wirklich das ist, was ich jetzt so... Glauben, dass es ist. Kann auch sein, dass wir die einfach nur beschützen müssen. Ich weiß nicht mehr genug. Aha, da hat ich einen Meisterschütze gesehen. Da schon macht das Stress. Ja, ja, echt, ey. Da wird auch noch beschimpft als Fuhr und Sohn, ey. Von der Brüste und kriege ich noch ein Luftattenthalter. Ich glaube, wir müssen hier rein jetzt, ne? Und ich denke mir vielleicht wie das Fenster hier, ne? Ah ja, da bist du ja schon. Die sind eine Etage höher. Sind die im dritten? Ah ja, im zweiten. Das ist ja Erdgeschoss. Erdgeschoss, erste. Ach so, genau, genau, ja. Eins, zwei, drei, vier Stück, vier. Vier Stück, genau. Ja, natürlich gucken sie auch alle hier hin. Ehrlich? Dann musst du sie mit der Kirschbombe ablenken. Wenn du auch eine Rauchbombe noch reinwerfst, ne? Ja, Arsch. Auch weg. Wir müssen weiter reinschmeißen. Ach, egal. Ich glaube, lass es. Das Barry machen da. Oh, die Jungen. Wie ein Fegefeuer. Meine Fresse. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind echte Killer. Warum darfst du ihn nicht blindern? Vielleicht... Ja, kann da nur einer hier was machen. Ja. Die Nationalversammlung hat mir nicht geglaubt, dass etwas anderes dahinter steckt. Sie dachten, eine Preisbindung würde das Problem lösen. Können wir jetzt... Halt die uns jetzt wohl. Ja, ich wollte gerade sagen, können wir über die Reihenfolge reden? Ich war schon beim Bund... Ich war schon beim Bund immer der Letzte. Bitte, ich will auch mal Erster. Ich stelle das Video ab 18 frei. Ja, okay. Hey, gut, ich glaube, du musst gehen. Ja, entschuldige. Die Olle war für mich schon draußen. Die stand vor mir. Deswegen war ich stehen geblieben. Ja, wir sollen dir ja folgen, quasi. So richtig eilig hat sie es nicht, ne? Ja, bei mir gibt es auch was. Ah, okay. Da ist viel zum Töten. Ja, also wie ich gesagt habe, wir mussten die dann verteidigen. Rechts und links könnt ihr einen Sinkel machen. Seht ihr die? Ja, aber kann man eigentlich oben über das Haus, ne? Das könnten wir auch machen. Ach, der... Ich wollte schon sagen, wo ist es gut geht? Der ist ja schon wieder... Also einen habe ich da anvisiert. Ah, steht einer, sieht mich fast. Siehst du den? Hast du den? Ich... Du musst jetzt springen. Okay, ich springe. Ah, shit. Ja, weil... Die sind in Richtung GT jetzt gelaufen. Achso. Ja, der ist... Die haben... Die haben sie wohl gesehen. Können ja gar nicht sein. Ne, ich sag ja nur, ich stand oben. Ich war uns alle am Laufen in deine Richtung. Ich war ja mit Gudi auf dem Dach, also uns haben sie nicht gesehen. Ne, wir waren voll sneaky. Wir waren Splinter Cell. Du warst Call of Shooty. Du warst Call of Shooty. Hey, ich will die Dingshaar sabotieren. Lass mich doch mal. Geht nicht so lange. Ach, wegen, wegen Combine. Ja, wenn du, solange du nicht verschwunden bist, kannst du die Blocke nicht sabotieren. Okay, jetzt habe ich sie. Mal 1,1 habe ich Punkte, sehe ich gerade. Jetzt kriegst du wie so eine Schnecke und jetzt rennst du wie so eine... Ach, Mann. Ne, ne, ne. Ja, ich glaube nicht. Das musst du schon Zeit gleich machen. 5 bis minus 1 Sekunde oder Millisekunde. Ja, deswegen, ich wollte gerade so 3, 2, 1 machen. Ach so. Okay. Ja, ich war schon bei 3. Kommt mir das noch vor, dass die Mission echt so lang ist. Ne, ist echt lang. Also ich nehme jetzt schon 40 Minuten auf. Boah. Gut, wir mussten ja schon 30 Minuten auf GT warten. Alter, was ist hier los? Uiuiuiuiuiui. Spinnen die aber. Hmm. Oh, oh oh. Sie kommt jetzt angelaufen. Sie kommt jetzt angelaufen. Ich glaube, weil er mich kurz gesehen hatte. Wir sind schonmal mit ihm ruft. Du kommst das? Oh, da schießt wieder einer auf dich. Schuss, Penner. So, vor eins. Ach du, ich hab dann down geschossen. Ey, renne ich extra hier hoch? Oh, hat mich fast gekillt, ey. Seinem Schuss, Penner. Da, Headshot. So. Oh. So, sauber. Ich muss das jetzt auf die Nachbarung hin. Ihr findet, ihr habt nie, 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 ihr habt nie. So. Wie viele sinkt, jetzt fehlen die noch gut? Ja, mir fehlen noch fast, noch acht, immer noch. Nee, blödsinn, stimmt gar nicht, sinkt, jetzt fehlen mir ja nur, ähm, zwei. Aber guck mal, wir hätten uns das doch sparen können, den Weg zum sinken, ist ja doch wieder ne, zum sinken Punkt. Ähm, ja genau. Ähm, ja genau. Sink. Wird's da hoch? Nee, ich wollte eigentlich, äh, keine Ahnung, was ich wollte. Okay. Wolltest mal die Wand spielen. Da sehe ich aber jetzt schon wieder noch einen sinken Punkt. Habe ich das gerade markiert. Und da sehe ich auch noch einen. Echt? Hä? Ich sehe jetzt zwei sinken Punkte. Den einen, glaube ich, ich glaube, die beiden, die wir schon eingesammelt haben, sehe ich, glaube ich, nochmal. Kann das sein, dass die noch... Achso, ja gut, das kann sein, ja. Dann sind die aber trotzdem eingesammelt, oder? Genau, das ist, ähm, die sind, die sind dick, also die sind so dick markiert. Dann heißt das, die haben wir nur nicht, und wenn sie so klein und durchsichtig sind, haben wir die schon. Ah, alles klar, okay. Also quasi dieser innere Kreis, wenn der so ein bisschen dicker ist. So. Ich wollte nicht, dass die stören, wenn wir die Temptor machen. Hm, hm, nee, ist das Gute. Ah, okay. Oh, hier sind aber auch ein paar Leute. Ja, ja. Einer weniger. Pass auf, das sind auch Wachen, ne? Hm, ja, die Wachen mache ich gerade. Aber meine Versuchung hat, die haben wirkt, die Militär brauchen. Ich habe wieder einen, wieder einen tot gemacht, also nicht tot gemacht, meine ich. Was sind tot gemacht, oder sind nicht tot gemacht? Naja, ich habe nur gewirkt, meine ich, also gekuschelt. Achso. So einen sehe ich, ein rotes Ziel. Ich auch. Ja, ja. Ich kann dir genau eine Gasgrä... Äh, ne. Hm, ja, ja. Warte, ich habe mich verkleidet. Ah, scheiße. Ich habe mich gerade verkleidet. Okay, so geht's auch. Ah, da habe ich auch einen zum Bürgen. Okay, das zweite Ziel habe ich auch so ausfindig gemacht, wenn du hier zu mir kommst. Wir sind nämlich Paar. Oh ja. Hier ist einer, nämlich... Achso, da komme ich jetzt gar nicht dran. Kommst du da nicht dran? Also ich könnte... Ah, wir müssen. Das kann ich dann. Das kann ich jetzt gar nicht dran. ok da sind auch zwei ja gut aber große zahlen und frauen weißt du deswegen es müsste sinken sein ich habe genug gewirkt die kiste rote naja habe ich auch schon hier vorne links um der ecke stehen aber auch noch mal zwei ja ja könnt ihr sinken machen die schärfe durch dann das ist nun werden welchen den link ok nämlich den rechten ich hoffe dass ich da rechtzeitig herankommen müsste gehen ok 233 also ich habe 220 punkte ich auch und deswegen bekommst du mehr was hast du wahrscheinlich wegen dem schwert oder so obwohl ich dann von mir credo punkte kriege oder so ah ok multiplikator höher ist bleibt hinter mir ja ne ja 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 das nämlich sind auch zwei könnt ihr auch per sinken kill eventuell kill wenn sie noch brauchen ich habe von ihm einen tempel gesehen aber ich mache die nutze ja ja ich wollte weg gehen ich musste handeln auch haben was raus hier war aus dem nächsten zug aus leal entkommen boah jetzt hängt er hier an den schweinen fest auch schön aussicht hier oben rüber auf auf leal oder was auch immer handgemachte napoleonische napoleonische armschienen ich habe sans schulettenmantel bekommen ah ja ich habe die maßgeschneiderten oma ich habe vier sinnpunkte ja ich habe ein neues klub zieht wurde beendet ist einer wieder rausgeflogen ne doch nicht gemma sander hat die mission verlassen ja gut jetzt habe ich einen schwarzen leidebildschirm ja ja okay aber oh meine truhe ist voll dann würde ich sagen wir haben eine mission fertig ich sage wir werden die aufnahme an der stelle die erste und da hinten ist aber noch ein dieb den will ich haben ich will den dieb ich will den dieb komm her du habe ich einen okay ja ich hoffe es hat trotzdem euch spaß gemacht auch wenn wir schön lange zwischendurch gewartet haben aber ich finde wir haben das wie die pros gemacht also dafür verdienen wir doch einen fetten daumen hoch oder zwei auf jeden fall zwei drei daumen drei daumen inklusive inklusive zehn genau in diesem sinne sage ich so long and goodbye keep gaming euer goodie